Nach zehn Jahren aus Widerstand und Ergebung von Dietrich Bonhoeffer Zehn Jahre sind im Leben eines Menschen eine lange Zeit. Da die Zeit das Kostbarste, weil unwiederbringlichste Gut ist, über das wir verfügen, beunruhigt uns bei jedem Rückblick der Gedanke etwa verlorener Zeit. Verloren wäre die Zeit, in der wir nicht als Menschen gelebt, Erfahrungen gemacht, gelernt, geschaffen, genossen und gelitten hätten. Verlorene Zeit ist unausgefüllte, leere Zeit. Das sind die vergangenen Jahre gewiss nicht gewesen. Vieles Unermessliches haben wir verloren, aber die Zeit war nicht verloren. Zwar sind gewonnene Erkenntnisse und Erfahrungen, denen man sich nachträglich bewusst wird, nur Abstraktionen vom eigentlichen, vom gelebten Leben selbst. Aber wie vergessen können wohl eine Gnade ist, so gehört doch das Gedächtnis, das Wiederholen empfangener Lehren zum verantwortlichen Leben.